Argo Tractors bringt den Spezialtraktor Landini Rex 4-120 GT Robochiff Dynamic auf den Markt, der heuer für den Award Tractor of the Year in der Kategorie Best Specialized nominiert ist. Die Schweizer Landtechnik konnte diesen Traktor mit einem Mulcher von Bertli und einem Sprühgerät von Caffedi testen. Der Traktor wird von einem Deutzmotor mit 2,9 Litern Hubraum und 112 PS Maximalleistung angetrieben. Die Abgasnorm der Stufe 5 wird mit DOC und SCR Katalysator sowie mit Partikelfilter und Abgasrückführung erreicht. Beim Getriebe mit der Bezeichnung Robochiff Dynamic handelt es sich um ein Powershift Getriebe mit drei Lastschaltstufen, vier synchronisierten, robotisierten Gängen und drei mechanischen Gruppen sowie einer Krieggang Gruppe. Insgesamt 48 Vor- und 16 Rückwärtsgänge. Neben der manuellen Schaltung kann man mit automatisiertem Powershift Management fahren, bei dem zwölf Stufen innerhalb einer Gruppe automatisch geschaltet werden. Das maximale Tempo von 40 kmh wird bei 1750 Motorumdrehungen je Minute erreicht. Integriert im Getriebe ist auch eine Stop-and-Go-Funktion. Das Advanced Steering System ADS unterdrückt ungewollte Lenkbewegungen, hervorgerufen durch Bodenunebenheiten, stellt die Räder nach einer Wende mit wählbarer Reaktionszeit wieder in die Ausgangsposition zurück und passt die Lenkradumdrehungen mit entsprechendem Radeinschlag in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit an. Die Heckzapfwelle bietet die Drehzahlen 540, 540 Eco und 1000, optional auch 1000 Eco. Die Hubkraft hinten beträgt 3,4 Tonnen. Vorne gibt es eine Tausenderzapfwelle mit einem Kraftheber und Hubkraft von 1,7 Tonnen. Neben einer Pumpe für die Lenkhydraulik versorgen zwei weitere Pumpen den Hydraulikkreislauf mit einer maximalen Fördermenge von 88 Litern pro Minute. Für vier Steuerventile im Heck und drei in der Mitte, wo sich auch eine spezielle Aufnahme für den Geräteanbau befindet. Für Fahrkomfort sorgt die mechanische Kabinenfederung in Kombination mit einer hydraulischen Vortragsfederung. Der Fahrersitz lässt sich um 8 Grad nach links und um 16 Grad nach rechts drehen. Die schlanke, in den Sitz integrierte Armlehne ist in Längsrichtung verstellbar. An ihrem Ende befindet sich der Smartpilot Joystick, über den die wichtigsten Funktionen des Traktors gesteuert werden. Der optionale 10 Zoll grosse und farbige Touchscreen ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Einstellungen fürs Getriebe, für die Steuergeräte, für automatische Abläufe am Vorgewende oder für die Lenkung. Standardmässig lassen sich Teile davon auch über das digitale Armaturenbrett einstellen. Landini stattet diesen Traktor auf Wunsch mit Total 8 Ultraschallsensoren für eine autonome Parallelführung zwischen Baumreihen an. Für andere Kulturen gibt es ein Lenksystem von Topcon. Serienmässig gibt es für das erste Jahr ein Flotten- und Diagnosemanagement. Neben den Telemetriefunktionen kann dieses Tool auch genutzt werden, um Daten von Wetterstationen, Feuchte- und Bewässerungssensoren oder Pheromonfallen für Insekten zu erfassen und auszuwerten. Zu den vielen weiteren Optionen gehört auch eine Druckluftbremse, die Landini erstmals bei einem Schmalspurtraktor verbaut. Dieser Traktor wird im April 2024 in die Serienfertigung gehen. Weitere Informationen wie immer in der gedruckten Ausgabe der Schweizer Lammtechnik.